Wenn Sie mit der Webkamera aufnehmen, wird Ihr Video lebendiger und Ihre Zuschauer fühlen sich persönlich angesprochen. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie ausschliesslich die Webkamera aufnehmen, wie Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webkamera gleichzeitig aufnehmen und wie Sie einem Webkamera-Video Animationen und Effekte hinzufügen. Mit dem Camtasia Recorder können Sie alles aufzeichnen, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist. Wenn Sie nur die Bilder Ihrer Webkamera aufnehmen möchten, schalten Sie die Bildschirmaufnahme aus und vergewissern Sie sich, dass die Kameraschaltfläche aktiviert ist. Klicken Sie auf die Menü-Schaltflächen, um die richtige Webkamera und das Mikrofon auszuwählen, falls Sie mehrere Geräte angeschlossen haben. Prüfen Sie erst in der Vorschau, ob Sie im Bild richtig positioniert sind und starten Sie dann die Aufnahme. Die Symbolleiste bleibt nach Aufnahmebeginn auf dem Bildschirm. Klicken Sie hier, um während der Aufnahme ein größeres Webkamera-Bild zu sehen. Nach Ende der Aufnahme wird der Camtasia-Editor mit der kombinierten Kamera- und Mikrofonaufnahme auf Spur 1 der Timeline geöffnet. Sie können die Webkamera-Aufnahme jetzt wie alle anderen Medien in Camtasia bearbeiten. Wenn Sie gleichzeitig Ihren Bildschirm und die Webkamera aufnehmen, wird die Bildschirmaufnahme Spur 1 hinzugefügt, während sich die kombinierte Webkamera- und Mikrofonaufnahme auf Spur 2 der Timeline befindet. Das funktioniert wie ein Bild im Bild und die Medien auf beiden Spuren lassen sich separat bearbeiten. Sie können zum Beispiel die Webkamera-Aufnahme am Anfang vergrössern, sodass sie den Bildschirm ausfüllt. Ziehen Sie dann eine Animation auf den Webkamera-Clip, um Größe und Position dieses Bildes während der Wiedergabe zu ändern. Sie können auch beiden Medienaufnahmen, also Bildschirm und Webkamera, an derselben Position eine benutzerdefinierte Animation hinzufügen. Ändern Sie Größe und Position beider Medien auf der Leinwand, um Ihren Zuschauern ein individuelles Video zu bieten. Was Sie beachten müssen Die Reihenfolge der Medien auf der Timeline bestimmt die Reihenfolge auf der Leinwand. Wenn ich zum Beispiel die Bildschirmaufnahme von Spur 1 auf Spur 3 ziehe, ist sie auf der Leinwand plötzlich vor dem Webkamera-Clip. Daran sollten Sie denken, wenn Sie Medien anordnen. Wollen Sie mehr über Camtasia erfahren? Dann schauen Sie sich auch die anderen Tutorials an. Danke fürs Zuschauen!